Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Im Videobeitrag Entstehung des Sonnensystems, der Erde, des Mondes und der Ozeane, da haben wir uns schon beschäftigt mit der Frage, wie konnte unser Planet überhaupt entstehen. Und da war es besonders wichtig, dass Wasser einschlägt und auf diesem Planeten zur Verfügung steht. Und heute wird es darum gehen, warum das so wichtig ist. Und wie letztendlich auf diesem Planeten Leben entstehen konnte. Die Ausgangsvoraussetzung, die ist natürlich erstmal denkbar schlecht. Also wenn ich hier mal ein Bild zeige, von den Atmosphären unseres Planeten zu unterschiedlichen Zeiten, Sie werden verstehen, dass es keine Originalaufnahmen sind. Aber diese erste Aufnahme zeigt jetzt diese ganz junge Erde mit einer ganz dichten Atmosphäre. Ammoniak, Methan, Kohlendioxid, Stickstoff. Aber kein freier Sauerstoff. Und diese zweite Aufnahme zeigt jetzt eine deutlich bessere Atmosphäre bereits. Und wie kam dieser Übergang? Genau dafür brauchen wir nämlich jetzt das Wasser. Das alles Entscheidende auf diesem Planeten. Der große Unterschied zum Beispiel zur Venus, unserem Schwesterplaneten. Wir hatten Wasser. Auf unserem Planeten konnte es regnen. Und wenn ich von Regen spreche, dann meine ich zehnfachen Monsun über eine Dauer von 40.000 Jahren. Ozeane regnen vom Himmel, verdampfen auf der noch glutheißen Oberfläche, wieder in die Atmosphäre, regnen wieder da nieder, verdampfen in die Atmosphäre, regnen da nieder. Und bei jedem Niederregnen waschen sie diese Atmosphäre aus. Das heißt, diese Bestandteile werden sukzessive aus dieser Atmosphäre herauskristallisiert. Das ist übrigens auch der Grund, wieso wir Salz in unseren Ozeanen haben. Natriumchlorid. Wir hatten nämlich hier Natriumcarbonat und Calciumchlorid. Und über diesen langen Kreislauf entstand daraus Natriumchlorid. Das Wasser und das Salz in den Meeren. Jetzt haben wir also eine deutlich günstigere Atmosphäre. Und jetzt ist immer noch die Frage, ja, das ist noch lange kein Leben. Also wie soll das jetzt entstehen? Aber diese Geschichte, die ich hier gerade vorgetragen habe, die hat 1953 in Chicago ein Professor namens Harold Urey seinen Studenten erzählt. Und da war einer darunter, der kam nach der Vorlesung zu ihm, Stanley Miller, und hat gefragt, Mensch, diese Ursuppe, diese Zusammensetzung, die müsste man doch einfach nachkochen können. Und einfach mal beobachten, was passiert dann da. Und diese Idee sollte bahnbrechend werden. Man nennt es heute das Experiment von Miller. Das sind keine Reagenzgläser, in denen hier irgendwelche Konzentrationen gehalten werden, sondern das sind schon richtige Bottiche gewesen. Also ich zeige Ihnen hier mal ein Bild. Und in diesen großen Glasbottichen, da war jetzt diese Urzusammensetzung der Atmosphäre, oder zumindest das, was man damals dachte, was die optimale Konstellation wäre. Mittlerweile wissen wir, dass die Zusammensetzung nicht ganz optimal war, aber das war schon mal ein erster Versuch. Und tatsächlich sind in diesen Behältern innerhalb kürzester Zeit interessanteste chemische und biologische Strukturen entstanden. Unter anderem einfachste Aminosäuren. Das war natürlich eine Sensation. Es sind auch Ameisensäure, Propionsäure, da ist alles möglich entstanden. Aber insbesondere die Aminosäuren, das ging durch die Presse. Und anfangs wurde es ja nicht mehr publiziert, weil es zu abgedreht war. Da gab es große Zweifler. Allen voran Enrico Fermi. Der hat dann vor versammelter Mannschaft den Stanley Miller gefragt, nach dem Vortag, wie wollt ihr euch so sicher sein? Das kann auch ganz anders gewesen sein. Mit dieser Zusammensetzung. Und Miller war durchaus verunsichert, aber Jury war schlagfertig genug und hat geantwortet, wenn Gott es nicht so gemacht hat, dann hat er eine sehr gute Möglichkeit verpasst. So schlagfertig wäre ich auch mal gerne. In jedem Fall hat sich dieses Experiment durchgesetzt. Es wurde in unzähligen Kombinationen dieser Voraussetzungen neu durchgeführt. Man nimmt also immer irgendein Gas, irgendeine Zusammensetzung, dann macht man Entladungen, dadurch simuliert man die Blitze, man hält es auf einer bestimmten Temperatur, das bringt diesen Vulkanismus und diese Dinge mit ins Spiel. Und dann schaut man einfach mal so geruhsam, was bildet sich jetzt hier eigentlich. Mittlerweile, das ist eigentlich nochmal ganz lustig, diese Originalarmatur, diese Originalzusammensetzung dieses Experiments, die wurde jetzt vor kurzem erst entdeckt, so nach dem Motto am Dachboden ausgegraben. Und diese Behälter, die hat man jetzt nochmal untersucht mit moderneren Methoden, die man einfach Möglichkeiten, die man damals noch nicht hatte. Und tatsächlich hat sich noch viel mehr gezeigt in diesen Behältern. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses Experiment hat diese Frage, wie kann überhaupt etwas entstehen, biologisch, auf ein ganz neues Niveau gestellt. Und jetzt ist aber die Frage, wir haben diese Uratmosphäre und wir haben diese Energiezuführung, wir haben in 150 Millionen Kilometern Entfernung diesen Fusionsreaktor, der uns laufen wird, auch damals schon mit Energie versorgt. Und wir haben den Vulkanismus, wir haben diese Blitzentladung, wir haben all diese Energieformen, aber, naja, wie soll es denn jetzt genau passieren? Also sicherlich wird Leben nicht in seiner ganzen Komplexität auf einen Schlag entstehen. Es wird also irgendwo mit etwas Kleinem beginnen. So. Beginnen wir also mit einer Aminosäure, wie sie in diesen Jury-Miller-Experimenten entstanden wäre. Aminosäuren, vielleicht der guten Ordnung halber, das sind so kleine Verbindungen aus 10 bis 30 Atomen und da gibt es bestimmte Gruppen dabei, da gibt es so ein NH2, das ist eine Amin- und eine COOH-Verbindung, das ist dann eine Karboxylgruppe, nennt sich das. Also alles Details. Wichtig ist, es sind kurze Moleküle erstmal. Und die haben eine sehr schöne Eigenschaft, die kann man nämlich zu Ketten anordnen, wenn man nämlich jeweils Wasser einmal H2O abspaltet, dann kriegt man die zu Ketten verbunden, das ist eine sogenannte Peptidenbindung. Und Ketten brauchen wir, weil Leben ist eine komplizierte Geschichte. Wir müssen ganz viel Information kodieren, allein unser menschliches Genom, das sind drei Milliarden Informationsbausteine, da brauchen wir also ganz viel Information in langen Ketten. Zu den Aminosäuren fällt man ein, das sind von den 260 Bekannten, da nutzt das Leben nur 21. Das Leben ist also schon sehr selektiv in diesen Dingen und offensichtlich auch konservativ. Wenn es mal eine gute Konstellation gefunden hat, dann bleibt es auch dabei. Und es gibt eine Besonderheit, es sind nämlich linksdrehende Aminosäuren auf unserem Planeten. Und zum Beispiel beim Jury-Miller-Experiment, da sind links- und rechtsdrehende entstanden. Und auch auf den Kometen, oder wir finden Aminosäuren, die Hülle und die Fülle generell, zum Beispiel in der Atmosphäre des Jupiters, im interstellaren Medium, aber wir finden immer links- und rechtsdrehende Aminosäuren. Warum sich also hier auf unserem Planeten diese linksdrehenden durchgesetzt haben? Es ist nicht wirklich klar. Es gibt eine ganz dünne Theorie. Es gibt einen Vorzug. Ich erinnere an die Neutrinos. Die drehen sich doch immer in Flugrichtung links herum. Und die Antineutrinos rechts herum. Es gibt also einen winzigen energetischen Vorteil hin zu diesen linksdrehenden Zerfallsprodukten, die vielleicht hier eine Rolle gespielt haben. Aber ich persönlich würde das auf kleiner Flamme kochen. Das sind so winzige Effekte. Ich persönlich denke, es ist eher ein sogenannter Frozen Accident. Das ist etwas, das passiert einfach. Da gibt es eine Entscheidung. Und dann ist die Entscheidung getroffen und fertig. Und da können Sie rückblickend nicht sagen, warum oder wie oder was auch immer. Unser Planet ist hier links abgebogen. Und dann ging es einfach diese Richtung weiter. Jetzt ist aber die Frage, warum entsteht genau das Richtige? Und wie? Und da müssen wir natürlich den Zufall bemühen. Und diese Ur-Atmosphäre ohne freien Sauerstoff hatte eben auch noch keinen Schutz vor harter UV-Strahlung. Was dazu führt, dass diese Bestandteile laufend, wenn sich irgendwas verbunden hat, von harter UV-Strahlung wieder zerschlagen werden. Da verbindet sich wieder was, UV-Strahlung, es fällt wieder auseinander. Es verbindet sich was Neues in einer anderen Konfiguration, UV-Strahlung zertrennt es. Und irgendwann, in diesem ewigen Werden und Vergehen, entsteht jetzt mal das Richtige. Na ja, aber das wird ja jetzt wieder von der UV-Strahlung aufgetrennt. Das stellen wir uns jetzt so vor, wenn dieses Richtige endlich entstanden ist, dann soll es bitte schön, wenn es hier eine Wasserlinie gibt, dann soll es unter diese Wasserlinie absinken. Das hat den Grund, weil diese Wassersäule natürlich einen effektiven Schutz gegenüber der UV-Strahlung bildet. Auch deshalb ist wiederum Wasser so wichtig in all diesen Überlegungen. Wir haben also in den oberflächlichen Bereichen diese kurzen Moleküle, die sich zu längeren Ketten bilden und diese längeren Ketten sacken dann ab, werden geschützt vor der UV-Strahlung und sinken auf den Boden oder in tieferen Schichten. Und jetzt brauchen wir diesen Potenzialunterschied. Jetzt brauchen wir also Energie. Da unten ist ja jetzt kein Sonnenlicht mehr. Und dafür gibt es Black Smoker. Oder viel besser, viel schöner ist eigentlich das deutsche Wort, geothermale Schlote. Das sind Gebilde am Grunde der Meere, die, also die werden schnell mehr 60 Meter hoch, regelrechte Kamine und da tritt bis 400 Grad heißes thermales Wasser aus und trifft auf wirklich unmittelbar auf 4 Grad kaltes Wasser. Und dadurch wird natürlich sehr viel von diesen Mineralien ausgefällt. Salze von Eisen, Mangan, alle möglichen Verbindungen werden hier ausgefällt. Man sieht es dann auch am Rand dieser Schlote, die sind dann ganz bizarr geformt. Es gibt Ihnen übrigens auch diese schwarze Färbung, diese Salze, diese Eisensalze. Es gibt auch weiße Smoker, da ist ein wenig Siliziumdioxid mit im Spiel. Das gibt Ihnen dann diese weiße Färbung. Und jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt haben wir nämlich schon Ketten, wir haben einen Potentialunterschied, aber wir wollen irgendwie hin zu einem ersten Kreislauf. Wir brauchen jetzt endlich etwas, wo Materie sagen kann, hier bin ich und irgendwo sonst bin ich nicht. Also da muss es eine Grenze geben, so eine Art Membrane. Irgendetwas, was es mir erlaubt zu sagen, ich verändere Konzentrationen lokal. Und wieder das Wasser, das hier eine zentrale Rolle spielt. Es gibt nämlich unter diesen Ketten zwei Gruppen, die einen sind hydrophil, die biegen sich also an den Enden zum Wasser hin und dann gibt es hydrophobe, die biegen sich an den Enden vom Wasser weg. Und wenn ich jetzt geeignete Ketten nehme, dann kann ich damit etwas bauen. Das ist natürlich jetzt schwer, das um mich herum zu bauen. Das heißt, es ist von Vorteil, wenn ich mich als zukünftige erste Lebensform irgendwo befinde, wo ich den Rücken frei habe. Und da gibt es spezielles Gestein mit einer porösen Oberflächenstruktur. Kieselschiefer. Und wenn ich mich jetzt in eine solche Kieselschieferzelle hineinbegebe mit dem Rücken und um mich herum mit diesen geeigneten Molekülketten mir etwas baue, dann hätte ich einen geschützten Bereich, einen ersten geschützten Bereich. Eine Art von Membrane und eine erste Möglichkeit zu sagen, okay, also irgendwas lasse ich rein, treibe einen Stoffwechsel damit an und irgendwo gebe ich ein Abfallprodukt wieder raus. Dass sich solche Ketten überhaupt in so eine Zelle hineinbegeben, das kann man wieder begründen mit Thermophorese. Darunter versteht man jetzt Folgendes, wenn Sie irgendein Gebilde nehmen und Sie haben einen Temperaturunterschied. Es ist also jetzt hier zum Beispiel kälter und hier wärmer und Sie haben jetzt irgendeinen Gegenstand, den Sie in diesen Temperaturunterschied hineinstellen. Dann wird er von der warmen Seite tendenziell mehr Impulsübertrag bekommen, weil die Teilchen auf der warmen Seite mehr Energie haben und hier einfach mehr Energie übertragen als die Teilchen hier von der kalten Seite. Die sind ja nur langsamer unterwegs. Und das wird tendenziell dazu führen, dass sich dieser Gegenstand von der warmen Seite zur kalten bewegt, weil diese thermische Bewegung hier einen Impuls überträgt. Wenn Sie also geeignete Temperaturgefälle haben, dann können Sie auf diese Art und Weise erklären, warum sich solche Moleküle in so eine Zelle hineinbegeben. Da ist es zum Beispiel etwas kühler und dann werden sie da hineingedrückt, wenn man so will. Und damit hätten wir eine Möglichkeit in so einer Kieselschieferzelle, ich zeige Ihnen hier mal eine Originalaufnahme aus dem Barbaten-Belt, also eine Aufnahme aus Südafrika und da sehen Sie, das Grüne ist der Kieselschiefer und Rot sehen Sie hier diese Fossilien, das sind älteste Aufnahmen, mit die ältesten Aufnahmen, die wir haben, an fossilen Funden. Natürlich stark vergrößert hier und so stellen wir uns vor, dass ein erster Stoffwechselkreislauf an diesen Blacksmokern entstanden wäre. Natürlich gibt es jetzt Kritiker dieses Modells, es gibt Alternativen, da könnte man nicht nur Bücher, da gibt es Bibliotheken zu diesem Thema. Ich möchte noch eine, weil sehr wichtige Strömung in dem Ganzen darstellen und vorstellen. Das sind die, deren Geschichte beginnt mit Es war einmal in einem warmen Tümpel. Die machen ganz ähnliche Überlegungen, die müssen auch natürlich mit etwas Kleinem beginnen und das Kleine muss sich zu längeren Ketten zusammenfügen. Nur jetzt werden Sie fragen, Moment, wo kriegen die diesen UV-Schutz her? Deren Idee ist folgende, wenn Sie am Boden dieser Tümpel nur 5 Millimeter Zinksulfidschicht haben, dann ist es bereits ein ausreichender effektiver UV-Schutz von 100 Meter Wassersäule. Deshalb können Sie auch in diesen Tümpeln, wenn Sie eine entsprechende Schicht am Boden haben und diese Materialien unter diese Schicht hinab sinken können, einen UV-Schutz darstellen. Und dann haben Sie ganz ähnliche Argumentationen, wie ich es gerade gesagt habe, auch mit porösem Gestein. Die Idee ist deshalb wieder modern geworden, weil erst in den letzten beiden Jahren es eine interessante Studie gab, da haben Leute sich mal Strukturen betrachtet, biologische Strukturen und haben gesagt, welche Gemeinsamkeiten finden wir denn? Und dann haben sie so einen Satz von 60 Gemeinsamkeiten ermittelt. Und diese ersten Membranen, wie ich ja gerade schon gezeigt habe, die waren natürlich noch sehr, sehr durchlässig. Also man konnte sich noch nicht wesentlich unterscheiden von dem umgebenden Material. Deshalb ist die Argumentation die, okay, wenn wir in diesen Organismen, die wir untersuchen, immer diese Gemeinsamkeiten finden, dann könnte es doch so sein, dass auch diese ursprünglichen Lebensformen diese Gemeinsamkeiten geteilt haben und dann könnte es doch auch sein, weil die ja noch nicht so effektiv waren mit ihren Membranen, dass deren Umgebungsmaterial so ähnlich war, wie diese Gemeinsamkeiten und ja, dieses Material findet man dann vor allem in diesen heißen Quellen und das stützt diese Theorie. Also die Geschichte, die wird sicher noch einige Male neu geschrieben werden. das ist der natürliche Feind der Wissenschaft ist immer der Zeit Zeuge, insbesondere wenn es um historische Dinge geht und der fehlt uns halt hier. Wir haben aber eine Chronik, das ist nochmal ganz spannend. Wir haben also die Möglichkeit nachzuschauen, wann war in unserer Atmosphäre freier Sauerstoff und wann nicht. Es gibt nämlich in diesen Urozeanen Eisen, gelöstes Eisen aus Vulkanismus und das kennen wir alle, Eisen rostet. Also wenn Sie da Sauerstoff hinzugeben, dann kriegen Sie Eisen Oxid. Eisen Oxid ist aber schwerlöslich, sinkt also zu Boden und bildet Sedimente. Und diese Sedimente die finden wir heute und die können wir schichtweise analysieren. Ich zeige es Ihnen hier mal, das ist jetzt eine Aufnahme aus Australien, das sind die sogenannten Bended Iron Formations, gebändertes Kieseleisenerz. Und in diesen Lagen liest man jetzt ganz genau, okay, wann war Sauerstoff, wann sind Hornlagen oder andere Schichten und daraus lesen wir dann genau heraus, aha, bis vor 2,4 Milliarden Jahre etwa gab es keinen freien Sauerstoff in der Atmosphäre. Welche Zeitzeugen haben wir sonst noch? Optimal wäre es doch, wenn uns jemand ein Reagenzglas gefüllt hätte mit dieser Urzusammensetzung dieser Atmosphäre und dann mit dem Stopsel versehen und bis zum heutigen Tage aufbewahrt. Und genau das haben wir Zirkone gefunden haben wir diese Halbedelsteine in Westaustralien und die sind sehr, sehr widerstandskräftig gegenüber allen möglichen Einflüssen und eigentlich die perfekten Reagenzgläser die haben uns diese Zusammensetzung bis zum heutigen Tage bewahrt. Die werden dann ganz vorsichtig aufgeschnitten und dann gelangt man an diese Informationen. Da sind und das war eigentlich ein Hauptkriterium dafür, wieso diese Tümpeltheorie wieder ins Rennen kam Tja, da haben wir Diamanten drin gefunden und Diamanten entstehen nur unter sehr hohem Druck und die Zirkone die beinhalten aber jetzt auch Thorium Uran also Dinge Elemente die eine sehr genaue Datierung erlauben Jetzt wissen Sie das Ding ist 4,4 Milliarden Jahre alt und dann finden Sie einen Diamanten mitten in dem Ding und dann hat man gesagt Moment dann müsste vielleicht doch schon sehr, sehr früh eine Kruste existiert haben denn Sie brauchen Kilometer dicke Gesteinsmaterialien um den Druck herzustellen dass Sie Diamanten bilden können und sobald Sie natürlich eine Kruste haben sind Sie mit Ihren Tümpeln wieder im Rennen es ist noch nicht hundertprozentig klar ob die Diamanten zu dieser Zeit entstanden sind aber es nährt auf jeden Fall diese Theorie und dann lesen wir noch was ganz anderes heraus aus dieser Chronik das ist wirklich das ist wirklich unfassbar diese ersten Organismen die sich da gebildet haben und die diesen Stoffwechsel angetrieben haben die haben irgendwann mal die Photosynthese für sich entdeckt also diese Energiefreisetzung nicht mehr aus irgendwelchen Schwefelkreisläufen wie an diesen Black Smogern oder diesen frühen Formen sondern diese Energiefreisetzung durch das Licht unserer Sonne und dabei wird freier Sauerstoff eben freigesetzt und diese man nennt sie Prokarionten weil sie noch keinen Zellkern hatten Prokarion also vor dem vor dem Kern in der Entwicklungsstufe die haben jetzt einfach munter vor sich hin diesen Stoffwechsel angetrieben und immer mehr freien Sauerstoff in die Atmosphäre geblasen und dadurch kam der Treibhauseffekt zum Erliegen die haben also genau das Umgekehrte gemacht was wir heute tun wir setzen CO2 frei verstärken den Treibhauseffekt diese Prokarionten die haben freien Sauerstoff in die Atmosphäre gelassen und ohne Treibhauseffekt haben wir auf diesem Planeten im Mittel minus 15 Grad Celsius Oberflächentemperatur mit dem Treibhauseffekt sind es im Mittel plus 15 Grad und so kam es ich zeige Ihnen nochmal diese Eingangskrafik mit den unterschiedlichen Atmosphären so kam es zu diesem dritten Bild wir nennen es Schneeballerde diese ersten Lebensformen die haben das waren Hasardeure wenn man so will die haben eine Substanz freigesetzt die nicht nur ein sehr effizientes und effektives Zellgift darstellt Sauerstoff in entsprechend hohen Konzentrationen ist absolut tödlich für diese Organismen sondern darüber hinaus haben sie auch noch ihr eigenes Habitat ihren Lebensraum derartig verändert dass sie am Ende selber nicht mehr überlebensfähig waren das sollte uns im Übrigen zu denken geben wer mit der Atmosphäre hier spielt der spielt mit dem Feuer das machen ja auch wir im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Feuer aus Kohle Öl und Gas wir haben also die Prokaryonten die Kurve gekriegt also irgendwie muss es ja weitergegangen sein weg von diesem Schneeball also wir sind ja der lebende Beweis dafür dass es irgendwie geklappt haben muss ja Vulkanismus die Vulkane haben jetzt nachdem die Prokaryonten sich selbst ausgerottet hatten wieder CO2 freigesetzt in die Atmosphäre und dieser Vulkanismus auch heute tragen wir 0,2 Gigatonnen beispielsweise CO2 nach wie vor ein durch Vulkanismus auf unserem Planeten der anthropogene Anteil ist übrigens über 35 Gigatonnen oder das ist eine andere Geschichte und ganz allmählich Planeten spielen auf ganz anderen Zeitskalen ganz allmählich wurde wieder ein Treibhauseffekt hergestellt es wurde wieder angenehm warm auf diesem Planeten und jetzt denkt man sich das Ganze so wieder anhand dieser Biffs an dieser Chronik wenn man das so herausliest dann sieht man wieder ja und dann ging es plötzlich ganz ganz schnell und es wurde wieder Sauerstoff freigesetzt das heißt irgendwo an der Äquatorregion unseres Planeten dort wo es eigentlich vielleicht gerade noch so überlebensfähige Bedingungen hatte da hatten wohl die die ein oder anderen überlebt zumindest das Konzept war sofort wieder im großen Maßstab auf diesem Planeten vorhanden Leben Photosynthese und alles ging seinen Lauf und das wird eine Erfolgsstory auf diesem Planeten ohne gleichen also wenn wir heute irgendwo hin blicken dieser Planet erscheint extrem lebensfreundlich und diese Voraussetzungen die verändern sich laufend also für so wie wir jetzt wie ich die Geschichte erzählt habe wie wir uns vorstellen dass das erste Leben entstanden ist so könnte es heute gar nicht mehr entstehen warum ja weil wir heute zum Beispiel freien Sauerstoff in der Atmosphäre haben deshalb einen Schutz vor der harten UV-Strahlung deshalb wäre es nicht mehr möglich diese Molekülgeschichte immer wieder aufzutrennen unter anderem waren die Ur-Ozeane wesentlich basischer die Parameter haben sich verändert ich sage das dazu weil die Frage immer wieder gestellt wird warum entsteht dann nicht laufend heute noch Leben die Rahmenbedingungen haben sich deutlich geändert und jetzt müssen wir aber weg von diesen ersten einfachsten Lebensformen irgendwie zu komplex oder wir wollen ja irgendwann mal begründen und der Frage nachspüren wo kommen wir her letztendlich wir sind Lebewesen aus Zellen mit einem Zellkern Eukaryonten Eukaryonten sind um einen Faktor 1000 komplexer aufgebaut entsprechend lange hat es gedauert diesen Entwicklungsschritt zu machen und diese Prokaryonten so stellen wir uns das vor da hat jetzt einer der irgendwas besonders gut konnte vielleicht konnte er besonders gut Fotosynthese treiben und ein anderer der konnte vielleicht andere Ressourcen besonders gut aufschlüsseln da hat einer den anderen einfach gefressen Somit war plötzlich der eine der war schwer verdaulich im Körper des anderen in dieser Zelle und man nennt es Endosymbionten Theorie und diese Kooperation die war in einer gewissen Weise erfolgreicher das ist schon sein erster Schritt des später grundlegenden Gedankens von Mutation und Selektion also diese Verbindung interessanterweise eine Kooperation weil es wird gerne immer so argumentiert fressen und gefressen werden das ganze ist ein harter Wettbewerb das ursprüngliche Erfolgsmodell war Kooperation auf zellularer Ebene und das ist natürlich ziemlich kompliziert wer dann wen fressen muss das ist jetzt stark vereinfacht ich zeige Ihnen hier mal diese Grafik und erspare Ihnen diese Details da sehen Sie diesen Baum wer wann wo wen fressen muss damit am Ende dann so was wie ein Pantoffeltierchen mal rauskommen kann das ist schon eine wirklich komplizierte Struktur um das mal zu vergleichen wenn ich ein Atom nehme so groß wie ein Tennisball dann dann sind diese Prokajonten die sind schon so groß wie ein Haus und die Eukajonten mindestens tausendmal so groß so komplex und das hatte eine wesentliche Konsequenz die Prokajonten die haben sich noch gleichgeschlechtlich vermehrt und man würde doch jetzt erwarten dass die Entstehung des Lebens und der Tod gleichzeitig Einzug gehalten haben auf diesem Planeten diese ersten Lebensformen die waren prinzipiell unsterblich also wenn die nicht irgendwie verunfallt sind oder gefressen wurden oder sonst irgendwas passiert ist oder sich das Habitat grundlegend verändert hat dann sind die immer vollständig in eine nächste Generation übergegangen verlustfrei man nennt es somatische Unsterblichkeit und erst die Eukaryonden durch ihre komplizierte Struktur waren gezwungen bei diesem Übergang von einer Generation zur nächsten was zurückzulassen Leichen das ist der Tod ich finde das faszinierend erstmal die Eukaryonten die vermehren sich jetzt auch also die haben den Sex erfunden dann hätten wir das auch erledigt und an dieser Stelle haben sie sich aber den Tod eingefangen diese komplizierten Strukturen sind nicht mehr verlustfrei in die nächste Generation überzuführen das ist schon schon faszinierend überhaupt diese Strukturen zu sehen also unser Körper der hat so viele Zellen und so viele Bestandteile die sind typischerweise so 40 Mikrometer groß wenn wir da eine Kette bilden würden dann würde die hundertmal um unseren Planeten reichen also Leben ist eine extrem komplizierte Geschichte wir tragen übrigens auch nach wie vor jede Menge Prokaryonten mit uns herum jeder einzelne von uns hat mehr Prokaryonten Zellen als körpereigene Zellen wie kann das sein die meisten davon tragen sie im Verdauungstrakt aber da sind schon ein bis zwei Kilo aber auf jedem Quadratzentimeter ihrer Haut sind hunderttausend Prokaryonten die sie besiedelt haben im übrigen auch in jedem Gramm Ackerboden das heißt das sind die heimlichen Herrscher auf diesem Planeten wohin wir auch schauen Prokaryonten sind überall und die werden den Planeten auch sicher länger besiedeln als wir die haben nämlich gelernt extreme Habitate zu besiedeln wenn sie sich den lebensunfreundlichsten Ort vorstellen nehmen wir mal so einen Kühlwasserkreislauf eines Kernkraftwerks dann finden wir da drin Prokaryonten das ist wirklich faszinierend und selbst an dem havarierten Reaktor von Tschernobyl hat sich ein schwarzer Belag gebildet das ist eine Lebensform die mit etwas Melanin und dieser radioaktiven Strahlung dieses havarierten Reaktors einen Stoffwechselkreislauf antreibt also die die Facetten des Lebens auf diesem Planeten die sind unfassbar insofern das finde ich sehr tröstlich egal welche Verfehlungen wir uns noch erlauben werden in der Zukunft eines werden wir sicher nicht wir werden sicher nicht das Leben auslöschen auf diesem Planeten wir haben leider mittlerweile die Möglichkeiten uns selber auszulöschen und wir könnten auch sehr sehr viel Schuld auf uns laden und viele Spezies mit in den Abgrund reißen aber zumindest werden wir nicht egal was auch immer kommt das Leben auf diesem Planeten vernichten denn die Prokaryonten die werden einfach wieder weitermachen damit sind wir schon bei uns eigentlich gibt es ja noch eine Reihe dazwischen diese Eukaryonten die mussten nämlich jetzt ihre ihre Information kodieren weil sie immer komplizierter und komplizierter wurden und da haben sie das Modell der DNA entwickelt das ist ein gewisser Code ich zeige ihn hier mal in dieser Grafik das ist wie so ein Morse-Code nur gibt es jetzt hier nicht Strich und Punkt sondern hier gibt es einfach vier Signale das ist also das sind diese vier Basen die Sie hier sehen also Alanin Guanin Zytosin und Thymin und drei dieser vier Basen die kodieren jeweils hier einen dieser Bausteine dieser Aminosäuren und auf diese Art und Weise aneinandergereiht ergeben sie jetzt diese Doppelhelix das ist das Erfolgsmodell es gibt nichts Besseres auf diesem Planeten da ist die gesamte Information kodiert und ab jetzt galt es nur noch diese Information zu kopieren und das kennt jeder von zu Hause vom Kopierer die Kopie ist nie so gut wie das Original da gibt es einen sogenannten replikativen Schwund und insofern ist jede Kopie ein bisschen anders und wird deshalb auch durch diese kleine Veränderung sich eben mehr oder weniger gut bewähren wenn es von außen her Anforderungen kommen gibt und ja das ist schon das Prinzip der Evolution Mutation und Selektion und dann wurde es dem Leben irgendwann mal zu gefährlich im Wasser als dieses ständige Fressen und Gefressenwerden überhand genommen hatte und dann hat es mal mutig den ersten Schritt an Land gewagt und der Rest ist dann Geschichte vom ersten Schritt an Land bis zum ersten Schritt auf den Mond das ist in wenigen Sätzen erzählt die Geschichte woher wir kommen und ich finde es schon bemerkenswert dass dass es auf diesem Planeten eine Lebensform gibt die einen evolutionären Stand erreicht hat mit einem Gehirn also diese 1,4 Kilogramm Fett Wasser und ein paar Spurenelemente mit mit diesem Gehirn und mit dessen Hilfe es in der Lage ist sich einen Reim auf all diese Sachen zu machen und dieser Frage nachzuspüren wo kommen wir eigentlich her sind wir überhaupt die Herrscher auf diesem Planeten also wenn man jetzt einfach mal mengenmäßig und massenmäßig argumentiert dann müsste man eigentlich sagen nein also da gibt es zum Beispiel den Grill Euphausia Superba antarktischer Grill der ist uns mengenmäßig sowieso voraus aber massenmäßig wird es langsam knapp wir dezimieren nämlich sein Habitat und verändern es laufend durch die Klimaerwärmung also wir sind dabei ihn zu überholen aber noch hätte er eigentlich die Nase vorne dann gibt es andere große Organismen Ameisen man möchte es kaum glauben aber die sind im Mittel 0,006 Gramm schwer aber von denen gibt es so viele mengenmäßig weit vorne aber auch massenmäßig könnte man die durchaus als Herrscher auf diesem Planeten bezeichnen die haben übrigens auch das größte zusammenhängende Gebäude errichtet auf unserem Planeten da muss selbst die chinesische Mauer passen da gibt es einen das ist die argentinische Ameise nennt sich die und die hat von der italienischen Rivera rüber bis Frankreich kreuz dann gekreuzt nach Spanien und bis nach Portugal einen zusammenhängenden Bau errichtet 5670 Kilometer lang also man muss schon sehr vorsichtig sein wenn man sich die Frage stellt wer hier auf diesem Planeten wirklich herrscht und wenn man es zu Ende denkt sind es eh die Prokaryonten und welcher ist jetzt der größte einzelne Organismus der Preis geht an einen Pilz an einen Halimash in Nordamerika der ist 600 Tonnen schwer 2400 Jahre alt vermutlich und umspannt eine Fläche von 9 Quadratkilometern in einem Nationalpark der heißt ja das ist ein sehr passender Name Malheur Mountain National Park Witzig war es wie man den überhaupt gefunden hat weil es ja klar sie haben einen Pilz und woanders auch einen Pilz aber wieso ist das dasselbe naja macht man dann DNA-Analyse und aufgefallen war das ganze Gebiet weil man wollte aufforsten da hat man einfach mal versucht ein Stück Wald wieder anzulegen und das hat beim besten Willen nicht funktioniert weil sobald die da irgendwas in die Erde gesteckt haben hat der Hallimasch das gleich wieder aufgearbeitet und ja fast verspeist würde man sagen normalerweise sind nämlich diese diese Myzele unter der Erde die sind ja filigranste Gebilde und also Hüfen nennen es die Biologen diese diese feinen Netze und bei diesem Hallimasch da sind die schon so dick wie Schnürsenkel das ist schon ein echter Killer aber wie auch immer in jedem Fall zeigt sich eines Leben ist etwas wunderbares und es hat unglaublich viele Facetten und es bleiben natürlich bei dieser ganzen Geschichte die ich jetzt erzählt habe woher wir kommen da bleiben natürlich viele Fragezeichen unterwegs und bevor wir die alle gelöst haben schlage ich vor als Schlusswort Kurt Tucholsky lasst uns das Leben genießen solange wir es nicht verstehen weiterführend und ergänzend zum Thema empfehle ich noch dieses Video gott zu auch die so sie von